Olli Schulz zwischen Skihimmel und Schlagerhülle. Après Ski, überhaupt nicht mein Ding. Zwischen Vorurteil. Volksmusik mit einem Disco-Biel untergelegt für junge Leute, die verblöden wollen. Und totaler Hingabel. Die ersten zehn Jahre hatten wir wirklich keinen Urlaub. Warum tut man sich das an? Mit nur einer Mission. Party, Party, Party. Ihr Locken macht Lärm. Mit Antonia aus Tirol. Es war geil. Eine neue Folge Schulz in the Box. 9. Februar, 22.10 Uhr. 10. Februar, 23.00 Uhr.